Hallo liebe Fußballfreunde, Thema VfL Bochum, Testspiele 2024-2025, KW 28, Allemannia Ahren gegen VfL Bochum, Entgibnis 0 zu 1. Testspiele Startelf von Allemannia Ahren. Joha, Johnen, Heifer, Rumpf, Stumpf, Handrachtes, Stodig, Schweinmann, Ban, Shibanig, Golden, Budraho, Hanorafi, Startelf von VfL Bochum. Travis, Raslag, Oldras, Losili, Vitek, Sisoko, Osi, Tutu, David, Trechener, Holtmann, Hofmann. Das war's von Allemannia Ahren gegen VfL Bochum, 20.38 Uhr.